Und dann noch zwei Pfund Gehacktes, bitte. Gerne, Knie, Frau. Wird sofort erledigt. So, darf's ein bisschen weniger sein. Ah ja, gerne. Womit kann ich dienen, Herr... Du bist nicht zum ersten Mal hier, ne? Sie sind doch der Herr von... Du, ey, ja, wir haben uns hier doch schon mal gesehen. Ich kenn dich vom Sehen. Sehr armer. Ja, du. Womit kann ich also dienen? Wir gehen, ich warte noch auf zwei, drei Leute und dann gehen wir gleich los. Vielleicht willst du mitkommen, wir wollen in die Stadt ordentlich Kloppe hauen. Sehr witzig, mein Herr. Richtig, ein Los machen gleich nochmal. Was darfst du nun wirklich sein? Du kommst mit, du kommst mit uns mit. Ach so. In die Stadt, mit der S-Bahn in die Stadt fahren. Tod oder lebendig? Rausgehen und dann wegtreten, die üble fressen. Alter, das fällt mir der Plastikzahn aus dem Maul. Sie arme. Ordentlich, die Scheiße wegtreten da. Ich verstehe. In der Möh, in der Möh, mal ein bisschen was wegtreten da. Mal Flagge zeigen. Aber die können sie doch gar nicht aufessen so alleine. Ey, die anderen kommen. Ich sag den anderen, dass du mitkommst. Nein. Ey. Ja, er kommt mit. Sehr witzig, mein Herr. Ey, du kommst mit, wir treten alle kaputt. Der Milchladen ist gegenüber. Wir treten da jetzt alles in den Arsch. Wir treten jetzt die ganze Scheiße in den Arsch da. Äh, nein, ja. Du kommst jetzt mit, wenn wir rausgehen. Nein. Ey, komm mit. Nein. Die Bahn kommt. Ey, wartet mal. Ey, wartet mal. Der will nicht mitkommen. Und jetzt raus. Ey, den hole ich mal kurz. Warte mal. Ja. Ey, da will nicht mitkommen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020